Wie du bei Präsentationen oder Vorträgen sofort wieder in die Spur kommst, wenn du ihn hier verlierst, den roten Faden, und zwar ohne, dass dein Publikum überhaupt merkt, dass du den Faden verlierst und ohne, dass es dich persönlich verunsichert, weil du merkst, es ist irgendwie anders als geplant. All das in diesem Video. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist und gleich zu Beginn der Hinweis, all diese Themen in diesem und den folgenden Videos, die beackern wir ausführlich in meinem neuen großen Online-Kurs. Thema wird sein, wie du nicht nur irgendwas präsentierst, was 95% aller Menschen machen, sondern wie du dabei faszinierst, wie du dein Publikum für dich gewinnst. Dazu wird es natürlich, wie üblich, ein Starter-Webinar geben, ein Auftakt-Webinar am Veröffentlichungstag. Das Webinar für dich völlig kostenlos, wo wir in die inhaltliche Tiefe schon gehen, ähnlich wie jetzt auch in diesem Video, natürlich nur mit viel mehr Content. Du kannst dich bereits jetzt für dieses kostenfreie Webinar eintragen, unten hier in der Videobeschreibung. Und natürlich wird es dann auch für dich, wenn du im Webinar teilnimmst, den besten Deal geben, den es auf dem Markt für diesen neuen Online-Kurs geben wird. Nur im Webinar für Webinar-Teilnehmer danach nie wieder. So, aber jetzt zum Thema, der rote Faden. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Axel, ihr Moderatoren, ich habe lange Radio gemacht, mache es noch, auch auf Bühnen moderiert oder im Fernsehen, die sagen, wenn wir euch da sehen auf der Bühne, bei euch ist das alles so locker flockig und ihr habt ja nie Pannen. Sag ich, nein, stimmt nicht. Wir haben Pannen. Nur unser Publikum merkt gar nicht, dass wir eine Panne haben. Du kannst dich nämlich darauf vorbereiten. Du brauchst, und das ist wie immer im Leben, eine Technik, mit der du lernst, Pannen zu managen und sie so zu verkaufen, dass sie gar nicht wie eine Panne wahrgenommen werden, sondern Teil deines Vortrags, deiner Präsentation sind. Das ist eine Technik, und die lernst du. Jetzt ein Ausschnitt von dieser Technik. Lass uns aber, bevor wir dazu kommen, noch mal kurz schauen, woher kommt eigentlich diese Angst, die du vielleicht verspürst, wenn du in den Wald kommst und denkst, Ah, Panne, roter Faden, wo bist du? Ich denke mal, das liegt ungefähr auch daran, dass du dir einbildest, dass alle im Publikum nur darauf warten, dass was schiefläuft, oder? So macht man sich doch gerne mal verrückt, gerade wenn man kein geübter Redner ist. Und dann hast du vielleicht sogar einen kleinen Hänger, nur ein kleiner Versprecher reicht da schon, und du siehst aus dem Augenwinkel, da schmunzelt jemand, der lacht über mich. Und dann verunsichert dich das weiter. Das ist eine Art Teufelskreis, wie eine Spirale im Trichter nach unten. Und du sagst, Ha, ich wusste es doch, was schief gelaufen, der da vorne lacht, selbst wenn es nicht so laut ist. Ich habe es ja immer gewusst, ich kann einfach nicht reden, ich bin nicht zum Redner geboren. Und dann bestätigst du dein negatives Selbstbild. Hast du dich daran gerade erkannt, beziehungsweise darin wiedergefunden? Bisschen schon, oder? Das hat wiederum auch mit dem Thema Mindset zu tun, mit der Einstellung, wie selbstbewusst oder eben ängstlich du in eine Präsentation oder in einen Vortrag gehst. Auch das ist natürlich großes Thema, ein eigener Blog im großen Online-Kurs, wo du lernst zu faszinieren, statt nur zu präsentieren. Nochmal der Hinweis, trage dich gerne jetzt schon ins kostenlose Webinar ein und melde dich dafür an am Veröffentlichungstag mit dem Special Deal dann für dich. So, aber jetzt gehen wir mal in die Techniken rein. Was kannst du tun, wenn du beginnst und bemerkst, oh, das läuft jetzt nicht so wie geplant? Erstens starte Ablenkung. Du kannst immer am Pult, wenn du ein Wasserglas stehen hast, dort hingehen oder an deinen Computer, wenn du mit PowerPoint arbeitest und einen Schluck Wasser trinken. Wenn du merkst, Mist, jetzt kommst du irgendwie gerade in den Wald, du musst dich kurz sortieren. Es geht darum, Zeit zu gewinnen. Trink einen Schluck Wasser. Es wird dir keiner übel nehmen oder denken, oh, er trinkt Wasser, hat wohl eine Panne. Merkst du selber, oder? So denkt kein Mensch. So denkt maximal unser Hirn als Redner. Geh zum Fenster. Sagst du, Entschuldigung, kurz Unterbrechung. Ich mache hier mal Fenster, ich mache hier mal Frischluft auf. Also das ist ja Wahnsinn, was wir hier alles wegatmen, weil wir die Gedanken so aufsaugen. Super, wie Sie, wie ihr hier mit dabei seid, gedanklich bei meinem Thema. Aber wir lassen mal kurz Frischluft rein. Auch dann gewinnst du Zeit. Das ist Tipp Nummer 1, Strategie Nummer 1, die Ablenkung. Strategie Nummer 2, frag doch einfach das Publikum. Wenn du nicht weiter weißt und auch nicht die von mir oft empfohlene Notkarteikarte parat hast, die vorbereitet sein muss, wo du immer Stichworte hast, dass du zurück in die Spur kommst. Das ist aber mal ein Thema für ein extra Video. Dann mach eine kurze Pause und fasse entweder mit dem Publikum zusammen, indem du sagst, so, bis hierher, ich möchte ja, dass die Gedanken nicht einfach so wegfliegen. Ich sitze ja selbst oft in einem Publikum bei einem Vortrag. Deswegen fassen wir hier mal zusammen, um das zu verfestigen. Wer kann mir kurz helfen? Und dann, je nachdem, was es, ob es Kollegen sind, dann fangen die vielleicht an, schon reinzurufen. Das ist Möglichkeit Nummer 2, das Publikum einbeziehen. Dann wirkt das total geplant und vorbereitet. Oder wenn du merkst, ja, es ist eher so eine anonyme Masse, dann stoppst du dich selbst in dem Moment, wo du merkst, oh, ich verliere gerade den roten Faden. Und sagst, so, ich fasse bis hierhin das Gesagte zusammen, damit das hängen bleibt und nicht einfach so an ihnen, an euch vorbeirauscht. Erstens, zweitens, drittens. Funktioniert immer, und ich denke, du merkst das jetzt, wenn ich es dir erzähle, wirkt das wie eine Panne? Nee, es wirkt fast wie ein Service. Ah, cool, er oder sie da vorne fasst nochmal zusammen. Drittens, Humor. Und deswegen habe ich ihn dabei. Der rote Faden. Wenn es ein wichtiger Vortrag ist oder vielleicht ein längerer, wo du weißt, ah, da, ich möchte auf den Fall einer größeren Panne vorbereitet sein, dann zwei Ideen dazu. Und die sind simpel, aber genial. Gib, ich habe jetzt nur einen dünnen da, wenn du eine dickere Schnur hast, eine dickere Wolle, gib den roten Faden einem Verbündeten, einem Kollegen, einer Freundin, die dir wohlgesonnen sind im Publikum, steck ihn in der Jackentasche, Sakko. Und wenn du mal ein richtiges Blackout hast, dann gehst du da hin, sagst, sorry, ich habe gerade den roten Faden verloren. Passiert, ist mir jetzt total unangenehm. Keiner gibt das gerne zu. Gehst in die erste Reihe. Wo kann er sein, der rote Faden? Ah, Jennifer, Mensch, da ist er ja, mein roter Faden. Ah, ich habe ihn wieder, können wir weitermachen. Effekt Nummer eins. Du hast einen Lacher. Weil bis dahin denkt keiner drüber nach, dass du wirklich einen roten Faden wörtlich meinst. Effekt Nummer zwei. Du hast locker eine halbe Minute bis Minute gewonnen. Weil während du das hier machst mit, hi, 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 ho, wo ist der rote Faden, kannst du versuchen, dich wieder in die Spur zu kriegen. Okay, was hat das hier alles? Ah, jetzt geht es bei Punkt X und Y weiter. Und der dritte Effekt. Alleine, und ich schwöre dir, das ist die größte Auswirkung. Alleine die Tatsache, dass du dich darauf vorbereitet hast, jemandem den roten Faden gegeben hast, wird dazu führen, dass du dich so sicher fühlst, weil du eine Exit-Strategie hast für den Fall, dass was nicht funktioniert, dass du diesen Fall überhaupt nicht brauchen wirst und ziemlich sicher nicht zu deiner Kollegin, zu deiner Freundin gehst. Du kannst es bewusst sogar inszenieren. Nein, du kannst den Faden in die Hosentasche stecken wie so ein Zauberer und vielleicht kurz vor Ende, wenn alles gut gelaufen ist, sagst du so, jetzt zum Schluss, ah, was wollte man machen? Ah, jetzt habe ich doch jetzt glatt kurz vor Schluss den roten Faden verloren. Gehst vielleicht zum Chef oder zum Vorstand, tust so, als würdest du ihm in die Tasche greifen, sagst, Chef, haben Sie, ah, Sie haben hier meinen roten Faden. Ah, jetzt weiß ich wieder. Bitte, liebe Kollegen, geht im Internet auf den und den Artikel, da hört ihr oder findet ihr die Zusammenfassung des Vortrags, den ich euch gerade gehalten habe, nochmal. Keine Ahnung, was auch immer dann dein Plan ist, wie du in die Handlung kommen sollst, was das Publikum dann nach deinem Vortrag tun soll. Ja, also das ist, es ist Humor und du wirkst unfassbar souverän, denn du hast dann deine Panne gemanagt. Das kannst du auf jeden Fall machen. Und ich schiebe dir noch einen Bonustipp nach. Idee Nummer 4, wenn du mal einen roten Faden verlierst, mach eine Übung für die Teilnehmer. Ähnlich wie du eine Frage stellst, wer kann das hier mit zusammenfassen, eine Übung, die du vorbereitet hast, die zum Thema passt. Kannst du dir auf eine Karteikarte schreiben, in die Hosentasche stecken und sobald du merkst, oh, jetzt komme ich irgendwie in den Wald, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht, ziehst du die raus und hast die Übung drauf. Dann denkt auch jeder, es ist so geplant. Also das ist ziemlich genial. Lass mich zusammenfassen. Es geht um die Vorbereitung. Je besser du vorbereitet bist auf deine Präsentation und deinen Vortrag, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass du den roten Faden überhaupt verlierst. Für den Fall, dass es doch passiert, hast du insgesamt 10 Strategien in einer Art Notfall-Werkzeugkasten. Vier davon hast du gerade kennengelernt. Eine Frage ans Publikum geben, mit dem Publikum zusammenfassen oder ohne Publikum zusammenfassen, ablenken, Glas Wasser, Fenster auf oder eben Humor, den roten Faden absichtlich inszenieren. Es sind 10 Strategien, die ich dir in meinem großen Online-Kurs vorstelle. Ein Modul, was sich nur damit beschäftigt. Das hat sich die Community gewünscht. Deswegen gehe ich auch jetzt schon so ausführlich darauf ein. Das wird ein großes Bonus-Modul. Du wirst danach ziemlich selbstsicher und selbstbewusst in den Vortrag gehen, weil du weißt, es kann mir nichts passieren. Und Effekt Nummer 2, im Publikum kriegt jeder mit, dass du ein Pannenmanager bist. Wenn sie dann doch mal offensichtlich sein sollte, Beispiel roter Faden, aus der Tasche holen, bei der Freundin, dem Kollegen oder dem Chef, dann managst du die Panne und das ist unfassbar souverän. Das hat nichts mehr mit dieser Angst zu tun, dass du dann wie ein kleines Licht da stehst, was irgendwie versagt. Das machen wir alles ganz ausführlich in meinem ausführlichen Online-Kurs. Trag dich jetzt gerne ein fürs kostenlose Webinar am Tag der Veröffentlichung und ich verspreche dir, es wird dann einen Mega-Deal, einen sensationellen Einführungspreis geben, den es sonst auf dem Markt nicht mehr geben wird. Das ist wie immer mein Versprechen, auch als Dank hier an die Community. Ich freue mich, wenn du dich jetzt gleich einträgst in der Videobeschreibung der Link und im nächsten Video wird es darum gehen, wie du deine Stimme einsetzt. A. Nicht nur, dass du gut verstanden wirst, sondern so, dass du mittels Stimme die anderen im Publikum sogar von deinem Inhalt überzeugen kannst. Also zwei verschiedene Bereiche, die wir beackern. A. Dass deine Stimme kräftig und präsent klingt, welche Last-Minute-Übungen du machen kannst, morgens schon im Bad und B. Wie du die Stimme einsetzt. um andere von dir und deiner Botschaft zu überzeugen. Sei auch da unbedingt wieder mit dabei. und die Stimme so verrate Hisp bred in die Stimme. Vielen Dank.